voll zu schneller video dich setzt zur hand los ran mal mit der kamera ran mit der kamera richtig ran richtig ran richtig ran richtig ran richtig ran richtig schnellste denn überhaupt war natürlich war ein paar leihen keine ahnung ich die ran so voll zerbröselt einfach nur so jetzt schmeißen wir gerade auf den schrott so einfach geht es was ist das denn wirklich so weit man zum nächsten mal packen wir den erst mal hier